Sagt mal irgendwas an! Ich habe einen langen Penus. Das sind nicht die Ansagen, die ich hören wollte, aber auch gut. Ich oh. Ich net, freut euch. Meiner ist winzig. Ah, fuck. Irgendjemand hat aber ruhig. Ich glaube, ich bin echt geil da auch. Ich brauche Hilfe. Ich möchte hier größer Gewaltigung. Ja, größer Gewaltigung. Ja! Ja! Jakob Buschbliert! Wie war ich halt nicht auf dem Trauchen? Hex! Kann ich ihre A's für euch zu winnen? Echt? Zunächst. Oh, nice. Oh, ich muss mir eine neue Hose holen! Nein, nicht schon wieder, du Bitch! Heheheheh! Heheheheh! Aber... ... ... ...